In der Theorie könnten die beiden Läufer aus Heberley ja gemeinsame Sachen machen. Jetzt eine in Position 1 und 3. Momentan sind alle vier noch relativ gleich auf. Die beiden aus Heberley. Jetzt sind sie ja alle vier wirklich geiß auf. Da ist ja kein Unterschied zu sehen gewesen. Der viernibale Kampfenkel ist hier an der ersten Position. Die ersten beiden kommen ja weiter. Aber es gibt einen Showdown auf der Zielgeraden. Da bin ich mir ganz sicher, denn die sind in zweier Reihen nebeneinander. Da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten außer der Kurve. So, einmal Heberley vorne und mit einem Foto-Finish die 3.8.7. Adrian Fanski vom KSB in Prag setzt sich hier noch.